An den beiden Wachsturzen, 40 Anlagen, wird jetzt der Sieger gesucht. Die schnellste Mannschaft dieser Regatta. Wir werden ein Fangen, das war ja auf der Wach 1, das ist eben über die neue Seite, das sind die Viertel gegangen. Doch war es ein, ich meine, das stellen wir jetzt hier aktuell. Und wir haben es gleich aus, wir haben in der Wachsturz, 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 wir haben in der Wachsturz. Der erste Schöpfung ist weg, Jan Greggs reichen nach vorne, wir haben nicht so unterschätzt, dass wir hier die greiften Lüge sind, jetzt von Tiefhase, wir sind ja in der Schreide, die Zertusskunde, die beiden reichen, die jetzt hier sind die Kumpel, die nicht in der Zeit, sondern die Jan Greggs können bereit sein, aber wir haben jetzt hier vergehen. Und das hier, der Schöpfung ist, wir haben in der Wachsturz, 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 wir haben in der Wachsturz. Wir haben in der Wachsturz, 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 wir Bis zum nächsten Mal.